hallo ich meine lieben freunde und willkommen zurück zu minecraft paradise mit mit dabei ist der poko hallo hallo was geht heute diese mc cookie nicht mit rein wenn ich auch auf paradise nein der ist nur auf birke ja der ist nur auf birke und auf paradise ist ein anderer mc lukey ist mit dabei ja gut mc cookie und mc lukey ist aber das gleiche ja ja deswegen soll ich schnupp mir mal im stream habe ich übrigens das dach ein bisschen weiter gemacht bin auch einmal weil ich eingeschlafen bin gestorben so gefühlt deswegen wundert euch nicht warum mein inventar gerade so komisch aussieht ich zeige euch das einmal ganz kurz das dach das epische ich müsste allerdings langsam mal holz sammeln gehen deswegen ich weiß ja möchtest du mitkommen oder ich wollte eigentlich erst mal kurz holz sammeln kann es kann doch hier am wald machen oder nicht ja ich wollte ich wollte ja auch holz sammeln erst brauchst du denn für holz dark dark oak wood er kann man ja klar kann ich mit ein bisschen machen dark ist oak wood bitte ja ich kann mit ein bisschen fahren ja dann kann man mit ein bisschen fahren du musst erst mal werkzeuge machen ich habe ja keine mehr warum bloß weiß ich nicht ja wie viel glowstone hast du ich habe ein bisschen gefarmt ja geil ja ich gehe auch mal kurz ein bisschen eisen holen ich habe irgendwie auch kein eisen mehr dabei so ja minecraft paradise geht auf jeden fall jetzt mal so weiter würde ich sagen es war ja lange pause so gesehen jahre ja 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 ist ja ok brauchst mir nicht gleich so anzuschreien ja gut danke nee aber wir wollen auf jeden fall das ganze projekt hier mal weiterfahren das ganze ist ja jetzt auch mit auf dem mc birke server drauf ich kann euch das ja noch gleich noch mal zeigen oder ich habe solche an dem letzten birken video gezeigt was auf jeden fall ziemlich nice ist weil so kann man immer von dem einen projekt ein anführungszeichen zu dem nächsten hüpfen was gar nicht mal so schlecht ist muss ich sagen wo bist du denn am wald ich komme wieder zurück ja ich sehe dich doch schon ja hier bin ich gerade den baum abholzen dann holt sich da hinten auch mal welche aber im baum komplett abbauen war ja normal wenn schon denn schon das gilt hier für jeden diese einzige cookie würde den ansatz nicht zu mir tippen ja sag ihm dass wir am aufnehmen sind was weiß ich ja das ist im moment noch so ein bisschen frisch weil noch nicht jeder weiß so was paradise ist und was birke ist weil viele denken jetzt weil das mit auf birke ist dass dass die quasi da auch hinkommen können und denken jedes mal dass das ein bug wäre weil sie keine rechte haben weil es ja dann da steht dass man keine rechte hat aber das ist alles was anderes leute das ist was anderes so deswegen müssen wir das noch mal ein bisschen bis wir da noch mal ein bisschen für klarheit sorgen dass das auf jeden fall was anderes ist und zwar den zusammenhang natürlich hat aber generell noch was anderes ist aber dafür kann ich hier auch noch mal kurz erwähnen dass ihr auch alle wieder auf mc birke joinen könnt und spielen könnt wie gesagt das einzige was ihr machen müsst ist euch in die whitelist eintragen und pogo kann euch auch sagen dass es sich lohnt oder ja gleich gleich mal bestes beispiel jaja auf jeden fall mc birke ist back ja so ich habe auch gleich genug holz glaube ich hoffe ich ey mein holz ist despawns ja wahrscheinlich wegen dings gerade ne doch nicht ist noch nicht durch so zwei stacks habe ich schon mal erst einein und halb äh hast du ne dia axt oder was ach du ein creeper hinter dir alles easy was meinst du hast du ne dia axt oder warum bist du so schnell ne ne eisen axt ja wir müssen aber auch noch mal irgendwo äh das ähm da den marktplatz hin bauen wo wir dann vielleicht noch mal ne zusammen also halt für alle leute so nen enchantment table und sowas hinstellen können ja ich habe ja ein bisschen leder ja das wäre halt ganz ganz geil wenn wir da irgendwie sowas wie so ne art äh ja wie so ne art marktplatz kriegen wo halt jeder hin kann weißt du eigentlich würde ich mir so ne schöne lederrüstung machen ja kannst du ja ich spendere über das leder spende das leder daneben ähm ja eigentlich glaube ich habe ich fast genug na gut einen baum nehme ich mir noch mit damit ich auch auf ganz nummer sicher gehen kann oh wir sind wieder ganz viele hühner ja die sind ja alle aus dieser hühnerfarm rausgedroppt ja aber kann es nicht sein dass das die ganze zeit geladen wird oder warum waren da auf einmal so viele ja ja weil der server vorher habe ich den server ja immer an und aus gemacht und jetzt mache ich ja nur die und nur noch die ähm verknüpfung in die andere welt an und aus so der server läuft aber ja weiter und das ist ja der spawnschrank ne weil das da spawn wird ja immer geladen richtig das liegt ja am spawnen also eigentlich ganz praktisch ja eigentlich ist das ganz geil nur dafür muss halt die maschine komplett konstant anbleiben dass sie halt auch äh verbrennen und äh dass man die tiere halt nicht da sammelt sondern dass sie halt alle weg gehen so gesehen ja die werden gerade noch gesammelt aber irgendwie war dieses mal war es nicht so viel da oben drin ne ne weil jetzt ist ja auch die die anlage an da nein ich hab nicht nein ich hab das immer noch auf farming modus echt also das ist vermehrt jahre wegen bin ich mir nicht ganz sicher aber ich höre schon wieder richtig viele hühner ja keine ahnung lass mal reingucken aber habt ihr mein system kaputt gemacht bitte? habt ihr mein system kaputt gemacht? ne eigentlich nicht eigentlich nicht boah sind die jahre hier ist alles voll die ganze teich was? der ganze teich ist voll ja ja weil die hatten wir ja letztes mal da raus geholt alle bin ich hier überhaupt richtig ey ich weiß nicht da wo dieses eine haus ist ich weiß nicht ob das das alte von dir war ach so ja ja bis dahin sind die alle hingelaufen ja ey der ganze see ist hier voll ja ich hab jetzt schon wieder äh ein Steckhühnerfleisch lol ja ist doch gut ist doch stark gönn wir schon man gönnt sich ja sonst nichts ja denk ich mir oder so boah ey ja schlimm ey ja scheiß hühnerfahm hühnerplage ja ist echt so wir haben hier richtig die hühnerplage ey alter bin ich hier überhaupt ansatzweise richtig ich lauf die ganze zeit in falsche richtung gg aber da weiß ich wo ich die iron golem farm bauen muss da am wasser ne wieso was man helfen die äh kostet euch unendlich eisen so ne iron golem farm echt? ja die produziert die ganze zeit eisen ja nice brauchst ja brauchst ja nie wieder farmen gehen doch diamanten wetzt doch ja gut bisschen was ne boah hier sind schweine aber ich hab immer noch keine karotten dann hast du hast du Schleimbälle? ne auch nicht ne gar nichts war nicht gut vorbereitet ne nö nicht so direkt alter was macht der da? ja ne im alten Haus ist noch ein schwein ne ja ich weiß ja hallo hallo die ganze see war voll ich hab jetzt 26 jährnchen fleisch alter was der ding spammt mir grad so den chat voll ja ja warte mal ich muss irgendwie mal kann ich nicht hier control multiplayer chat halt oh hexe ich halt den chat einfach super und du hast gesagt es gibt nur vorteile auf mcbh es ist zugespampt ja das krieg ich ja auch nur weil ich ja admin bin ihr kriegt die nachrichten ja nicht du hast sie ja gerade nicht alle gekriegt sicher siehste die kriege ja nur ich damit ich weiß was auf dem server abgeht aber dadurch dass das auch für die aufnahmen eher so medium cool ist ähm habe ich das jetzt mal ausgeschaltet weil äh das doch ein äh wenig nervt was ist eigentlich mit dem ender drache ich hab den ja mal gefunden das portal was ist töten wir den oder ist das egal darf ich den einfach so töten können wir töten den können wir töten schnitts gegen wir müssten auch vielleicht mal diese weed farm einfach mal automatisieren ja auch so ja allerdings ja dann besorgt man ein paar villager dann mach ich das was ich habe noch kein villager dort gefunden ja wir brauchen als bauer das ist ja ich ich habe noch keins gefunden kann ich keine iron golem fahren bauen nichts ja toll was kannst du überhaupt was kannst du überhaupt nichts richtig alles was ich kann ist gleich lieben was nichts ach ja 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 schön schön so aber meine hühner farm läuft auch noch eine kleine ist nichts nieder zu meiner ja entschuldigung ey meine ist noch effizienter als deiner ohne heute weil ich jetzt gebraten das fleisch raus ja wenn ich die umstelle aber die würden noch plateau bleiben so paar stunden ich dachte die verbrennen jetzt sofort die hühner vermehren sich noch da oben also ich werd da ein paar mehr in haben halloüssESTU wieviele da schon wieder drinnen sind junge das leckt doch noch gar nicht das stimmt also könnt ihr noch mehr rein Leute, wer hat denn diese Nether-Watzenfarben so riesig gebaut? Ja, keine Ahnung Muss ich automatisieren Obwohl, Nether-Watzen brauchen wir nicht so viel Nö Hier, den Weg, den kann ich zumachen, sagst du? Äh, ja Äh, ja Enderman Aber ich hab die Steine gar nicht mehr Oh Gott, ich hab zwei Enderman Und zwei Enderperren bekommen Ich hab keine Steine mehr dafür Oh, nein Musst du wieder Farmen gehen, ne? Ja Aber ich geh nicht wieder Farmen, ey Voll Nerv Warum nicht? Warum gehst du nicht Farmen? Leg ich wieder mal den ganzen Sonst häng ich wieder einen Stunden lang in den Höhen Und find wieder zu viele Diamanten, so wie letztes Mal, ne? Ja, genau, wo er erstmal rumgeweint hat, weil er keine gefunden hat Ja, rumgeweint Du hast die ganze Zeit geheult, dass du keine findest Ich hab jede Minute, hab ich gesagt Ach, die haben oder Emorals Das stimmt Und ich hab gefühlt die Hälfte wiederbekommen, weil, ne? Mh Genau Oh, aber ich hab passt erstmal, ich hab jetzt erstmal 38 Oh, ich hab jetzt ein Zombie-Pierrein Oh, mein Potatoesau unten gefallen Okay, ich hab's wieder Brauchen ein größeres Potato-Feld Was? Brauchen ein größeres Potato-Feld Wofür müsst du bitte, äh, Potatoes anbauen? Oh, warum denn nicht? Ist doch schön Ding noch gar nicht, äh, später Hühnerfleisch for the win Ja, Hühnerfleisch for the win, ist klar So, ähm, mal ein zwei, drei, das weg Ich will jetzt nochmal eben, Dings fertig da machen Aber ich hab immer noch kein Haus, ey, schlimm Schlimm, so was, ey, geht gar nicht Ich glaube, ich werde das letzte sein mit dem Haus Ja, wahrscheinlich Ich hab auch kein Haus Also, das dauert bei mir immer ein paar Wochen Ein paar Jahre wolltest du sagen, alles klar Alles klar Alles klar Oh, da kommt ein Zombie, ne? Ja, lass ihn kommen Wie sei es, ist er eh wieder verrückt So 61 Goldohr Meine Kisten sind voll Äh, stimmt Ja Das ist ja tragisch Weiß ich, wo mit den ganzen Ärzten die hin sollen Ich glaube, die werde ich wohl verbrennen müssen Mit einem Flint und Stil Verbrennen die alle mal Ist richtig so Oha, hier hab ich auch noch gar nicht weiter gemacht Alter Belly Musst du alles fertig bauen, ne? Ja, also langsam, äh, muss ja hier auch mal was fertig gestaltet werden, ne? Ist ja nicht so, dass hier nur, äh So, weißt du? Alter, ich bin so ein Trottel, ne? Schon wieder, das hat So viele Hühner sind das da oben noch gar nicht Nicht? Nee Gut, dann darfst du weitermachen Das hatte ich im Stream auch, weißt du? Dann falle ich die ganze Zeit vom Dach Weil ich die Weil ich die Alt-Taste einfach mal, äh Weil ich die Alt-Taste einfach mal nicht gedrückt halte, ey So Ich klau mir mal ganz kurz ein paar Steine von dir Mach das Hä, nein, das Das find ich gerade gar nicht cool, ne? Aber die ganzen Kisten, wenn du später neue Kisten setzt, da kann man ja gar nicht mehr drauf zugreifen, ne? Warum? Äh, Protection Ja, können wir ja hier wegnehmen Also, warte, das sind jetzt ungefähr 49 Hühner da oben Reicht nicht Hä, ja, ungefähr, sagst du ja auch Ja Ja, das sind ungefähr Das sind 100 pro Nicht übersetzt sich Das sind 100 pro mehr Ne Schwör Auf Weiß ich noch nicht Grab Ja Hier im Keller, den kenn ich gar nicht Oh Oh Wer ist ein Hab Fresher Rapper Gott, die IP, wer ist das denn? Bitte? Er ist ein Scotty-IP Hä, du hast Du hast diese, ähm, Steine Die hast du unten drin Hä, wo meinst du ein Scotty-IP? Ja, im Lagersystem Achso In dem Lager, auch da sind die Steine Ja Ja, du hast die doch gesucht Was für, hä, was für Steine? Wie den Weg Achso, ja, 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 ja Kann sein Unten Ja, kann sein, dass ich die alle schon Hinhin, äh, umgezogen hab Dann kann ich den ja gleich mal zumachen, ne? Ja, kann's machen Ich kann's auch lassen Gut, ist schon mir eigentlich egal, weil, ob du den zumachst oder nicht Ja, ist er nur von meiner Haustür, ne? Ja, deswegen Toll, danke, ey Super Bitte Mann Ich hab mir da ein bisschen mehr erwartet Ein bisschen mehr entgegenkommen Warum hab ich hier kein Holz mehr, ey? Ist doch schlimm Schlimm, sowas Schlimm, sowas Schlimm, sowas No risk, no farm Der hebel, der hebel, der hebel, die Wow, 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 wow Aber worauf, was ich schon mal bauen könnte, wäre so eine Goldfarm Was für eine Goldfarm Ja, eine automatische Goldfarm Wie geht das denn? Äh, Nether Im, imneter? Ja Okay Oh, das dauert locker zwei, drei, vier Stunden Ah, ist ja Zeit Oh, der Kingpad würde die Bugs fixen für MC Paradise Ne? Das ist nett von ihm, ne? Hm Oh, warum ist denn das immer so kompliziert? Warum Oh, warum muss das immer so kompliziert sein? Warum falle ich andauernd runter? Das ist die bessere Frage, Mann Das nerft doch Nerft Nerft Oh, Gott, das muss ein Creeper bauen Guck mal Ja Oh, oh, der kommt Ja, lass Creeper, Creeper sein Nein Doch Ist mir doch egal Ist mir doch egal Scheiß Cripp Cripps 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 Crippity Cripps So, jetzt das alles weg hier Ja, zack, zack Lass nämlich auch mal direkt mit Brauch noch mehr Öfen Drei reichen nicht Hey, Junge Bau dir halt mehr Ja, aber dann verbrauch ich wieder mehr Rolle Brauch ich eine automatische Kohlefarm Oh ja, die möchte ich auch ganz gerne haben Ja, das ist aber schwer, ne? Gibt es eine? Ja, Mann Ich weiß nicht, wie ich eine bauen könnte Wo ist das Skelette? Wo ist das Skelette in Farben? Die würde ich eh bauen Für Köpfe Und dann sortiere ich einfach die Kohle Da raus Weil wo ist das Skelette? Droppen ja Kohle Mhm, okay Dann kannst du einfach davon die Kohle haben Ja, kann man auch Ey, du böses Pferd Du willst mich nicht haben Dann töt ich dich Scheiß Pferd Drecksvieh Anwendig Emo zu Kocher Angebaut So Ja, oder? Hier unten Lichtholz Jo, schinke ich dir nichtsdestotrotz Leute, war es das für diese Folge Ich hoffe, es habe euch gefallen Und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge Bis dahin, macht's gut Und danke, Poco fürs dabei sein Bis dahin, macht's gut und ciao